Für die Korndoks habe ich alle Zutaten wie im Rezept in einem Foodprozessor zusammengenischt. Das muss eine klebrige Masse geben. Das ist ganz wichtig. Die Milch anpassen auf so viele grosse Eier wie ihr habt. Die Milch nade ins Nade zu geben, nicht alles auf einmal. Es muss eine sehr flüssende Masse sein. Dann habt ihr die Würstchen, ich verwende die Chipolata-Würstchen, auf einen Holzschaschen gespiesst. Diese Würstchen sind immer warm. Also nicht aus dem Kühlschrank. Genau gleich wie die Sache hier, auch nicht zu kalzettisiert. Dann habt ihr das Fett auf 180 Grad aufgeheizt. Das merkt ihr, wenn ihr das Holzschaschen reingeht, bildet sich rund um ein Blöterchen. Das schonend aufheizen. Also nicht zu schnell aufheizen oder zu wenig. Es muss wirklich heiss sein, das Fett. Dann geht ihr mit einer Würstchen in diese Masse. Das ist viel zu viel Massen für die Würstchen. Ich zeige euch, warum ihr zu wenig Massen habt. Ihr nur die Hälfte macht. Ich habe jetzt 12 Würstchen gemacht mit dem Rezept. Dann könnt ihr nicht wenden. Wichtig ist, dass ihr wenden könnt. Und während ihr rauskommt, dreht ihr so. Dann dreht ihr ins heisse Fett. Einmal rundherum dreht. Zweimal, dreimal. Und dann dreht ihr das Licken. Dann könnt ihr das Nächste machen. Jetzt ist es so. Wenn ihr das erst mal macht, nehmt euch Zeit und das langsam machen. Also nicht drei Würstchen einfangen. Die Idee wäre, dass die Mandel gesund zugeht und sich nicht verreisst. Wenn es euch aufreisst. Ich kann euch schnell eines zeigen. Wenn es so aussieht. Oder schlimmer, dass man das Würstchen sieht. Dann ist das Fett, das nicht zu wenig heiss. Das ist das erste Würstchen bei mir. Ich verwende in meinem Rezept Polenten, die ich in meinem Foodprozessor fein mahle. Wenn ihr keinen Foodprozessor habt. Ihr braucht für den Abend keine so übertöte Hochleistungsmaschine. Da könnt ihr auch einen Cutter haben. Oder sonst etwas. Probiert es mit Polenten aus. Dann könnt ihr sie fein mahlen. Und wenn ihr keine Polenten habt. Die ihr viermal oder schon beinkaufen könnt. Dann könnt ihr Mais Mehl nehmen. Achtet. Ich bin bei beiden zuertaten. Wie immer wenn es um Mais geht. Dass es aus der Schweiz steht. Weil es gibt in der Schweiz wunderbare Mais Produzenten. Am Schluss ist der Corndog. Goldbraun fribiert. Das heisst, dass er innen nicht taugig ist. Das wollen wir nicht. Das wäre gröselig zu essen. Und dann könnt ihr sie so auf einem Haushaltpapier abtropfen lassen. Und dann stellen sie auf. Die, die schon fertig sind, stellen sie auf. Man kann sie vor der Messe frisch machen. Dann sind sie am besten. Man kann sie aber auch in den Ofen warm halten. Ganz wichtig. Der Ofen darf nicht zu heiss sein. Sonst jagt es euch. Die Mais und Mantelchen auf. Weil es Würstchen sich ausdehnen. Und das wäre sehr, sehr schade. Also am besten frisch. Könnt ihr aber auch vorkochen. Und nachher dann sie im Ofen warm machen. Oder nochmal kurzer Fritwäser. Schaut, dass das Fritwäserbüll. Ich verwende hier auch Schweizer Raps. Genug warm ist. Dann habt ihr eine gute Qualität. Viel Freude beim Nachmachen machen. Und tagt mich, wenn ihr es austestet. Für Fragen bin ich selbstverständlich auch immer zu hart. Weil ich in diesem Video ausnahmsweise nur die Herstellung von Korrakt zeigen. Und nicht wie man schon die Massen macht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.